Ich gehe erstmal nur auf Schaden, was dem Schaden gut kommt. Oh, schön, dass ihr auch mit dem Game Spaß habt. Ja, natürlich und Movement Speed, ne? Bewegung ist auch wichtig. Damage. Oh, die töten wir jetzt mit einem Schlag. Die mit dem Schild natürlich nicht. Das ist ja noch so weit easy, ne? Geh nochmal auf Range. Und übrigens werden die Rüstungen von dem an, ne? Die wir in der ersten Runde gewonnen haben. Aber er ist gewonnen. Aufgesammelt. Nochmal Damage. Kommen ja gleich noch härtere Gegner. Das ist ja geil. Also nicht nur die Verbesserung, die wir uns kaufen können. Nein, die Rüstung bleibt auch... Also die Ausrüstung bleibt da. Kommen nicht zu nah. Kleiner Drops. Ich glaube hier auch Pickel nennen. Die sind genauso lästig. Kommen wir mal da, wo man sie nicht braucht. Ah, guck mal, den ersten Boss, den kriegen wir ja relativ schnell weg. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit diese scheiß Viecher nerven würde. Kommt dir mal Critical ab hier. Na, wo sind denn deine Freunde? Pimmeln alle hinter dir. Danke. Oh, Dragons. Oh, nice. Ich... Ich... Ich nehm das. Hatten wir noch nicht. Oh, das sah ja mal geil aus. Ganz viele... Ganz viele Blobs. Diese Fellrückchen. Ja, passt auf. Ich würde jetzt einmal die Regeneration mit reinnehmen. Weil die... Das ist die starke. Die habe ich halt noch nicht so oft gesehen. Also 0,2er. Uh, gut, dass ich da durchlaufen konnte. Da haben wir einmal... Oh, hey. Gesundheitsauffrischung. Aber ich glaube noch nicht, dass wir jetzt einen abkriegen. Erst wenn die roten Viecher kommen, dann kann es wieder... Aua. Ich habe es gerade wieder gesagt, Mann. Damage Attack Speed. Komm, lasst eure Erfahrungspunkte alle hier liegen. Fliege mal aufsammeln. Also das hört sich schon mal ziemlich geil an. Mit dem Block und Energie mehr. Ja. Vielleicht so viele kommen, wenn wir gleich das nächste Level ab schon haben. Hm. Mal Regeneration. Oh ja. Jetzt sieht man schon, dass die Regeneration öfters reinschlägt. Aua. Ja dann. Geh nochmal auf Block. Kann ich ja nicht so ein Häufchen kommen. Hauen wir die sofort weg. Aua. Also ich finde es gerade noch sehr angenehm. Aber wie gesagt, wenn die roten kommen, die großen roten, dann wird es kritisch. Weil da müssen wir uns bewegen. Gehen wir nochmal auf Damage. Da brauchen wir mehr Reichweite. Viel geiler. Ein kleiner Boss. Oh, der war fies. Oh, der war fies. Ich hab's schon dran. Ich bin schon vom Movement schneller, dass der gar nicht diesen Halbkreis vor mir ziehen kann. Okay, den haben wir. Warum haben wir die Rüstung jetzt nicht mit hier drin, wenn er die anhat? Wir gehen auf Block, ne? Danke, Claudia. Okay, ich erwähne nichts mehr. Dann schicke ich sicher auch nichts. Ja, full life. Geil. Das Gold wollte ich noch haben. Müssen wir aber den Weg wieder zurückfinden, ne? Da waren so viele Erfahrungspunkte noch rum. Ich meine, das war hier irgendwo oben. Ach, wir müssen gar nicht nach oben. Das kommt jetzt alles zu uns. Wir gehen nochmal auf Range. Hm, ja, nochmal ein bisschen mehr Energie. Oh shit, da kommt noch ein Level ab. Joa, nehmen wir auch gerne. 10% Schaden, 10% Attack Speed. Bald schlagen wir ja nur noch. Auf die Magier. Na gut, auf die Skelette auch. Übrigens, 20 Minutes Till Dawn müssen wir auch mal weitermachen, ne? Ich glaube, da gibt's neue Charaktere, neue Waffen und eine neue Map. Planen wir mal den nächsten ein. Er geht weg. Weg, hab ich gesagt. Auf die Magier. Auf die Magier sind echt fies, ne? Auf die Magier sind echt fies, ne? Das slagen wir uns durch. Auf die Magier sind echt fies, ne? Shit, der geht kaputt. Zu viel eingesteckt gerade. Komm, wir gehen mal Pick-Up-Range. Dann müssen wir nicht mehr so weit laufen. Na, das ist aber schon der nächste Boss. Ich hab jetzt nix gejinxt. Nur der Boss. Ich hab mich so'n kleiner Block hier kaputt gemacht. Naja, angegenagt. Stärk mal die Flamme. Ich hab mich so'n kleiner Block hier kaputt gemacht. Oh, die ist viel breiter geworden. Ja, die meisten tanken jetzt schon ein bisschen mehr, ne? Hm, was können wir denn noch machen? Oh, wir können die das Feuer nochmal vergrößern. Leben brauchen wir nicht. Aber wir können auch die Waffe erstmal weiter verstärken. Und ich glaub, das machen wir auch. Also langsam kommen ja echt fiesere Gegner hier. Komm, Level up. Attack Speed. Apollo. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020